Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist einmal Tommi und Rocky von Tom2Rock. Ich hoffe, die letzten Videos, was wir jetzt online gestellt haben, haben euch gefallen. Aber heute kommt was ganz anderes. Denn heute haben wir einen Special Guest. Und das ist Special Guest Kim Voltaira, Weltmeisterin in Salsa. Wir freuen uns, dass du hier bist. Ich freue mich auch mega, dass ich hier sein darf. Also die letzten Tutorials habe ich mir auf jeden Fall angeschaut, zu Hause fleißig mitgemacht. Und ich freue mich. Was habt ihr denn mit mir heute vor? Ja, wir haben dich extra eingeladen, weil wir wollen ein bisschen Tipps von dir wissen. Jetzt in dieser Lage sind so viele Leute zu Hause. Wie hältst du dich jetzt in dieser Lage fit? Kannst du uns da ein paar Tricks geben, wie wir zu Hause mit irgendwelchen Geräten irgendwo uns fit halten? Weil wir ein oder andere wissen, wir sind ja sehr, sehr viel auch unterwegs mit unserer großen Show Breaking Salsa. Und da haben wir auch einen Special Guest, zum Beispiel RJ. Er hält sich zum Beispiel so fit. Bruce Lee, was hat dir Bruce Lee hier, wie heißt der? Chuck Norris. Was hat dir Ipman angezeigt? Genau das meinte ich. Also hast du da irgendwelche Tipps, wie wir in fünf Übungen topfit sind? Auf jeden Fall, da habe ich was Cooles für euch vorbereitet. Und zwar mit ganz einfachen Sachen von zu Hause mache ich euch in fünf Minuten fit. Zum Beispiel mit einer Wasserflasche oder mit einem Handtuch oder was hast du noch parat? Äh, ich lasse mir was einfallen. Er lässt sich was einfallen. Ganz einfach zu Hause im Wohnzimmer zu machen. Ich würde sagen, seid ihr bereit? Wollen wir starten mit dem Workout? I'm ready. Let's go, Baby. So, seid ihr bereit für das Workout? Ich werde euch jetzt fünf Übungen zeigen, mit denen ihr in fünf Minuten fit werdet. Jede Übung eine Minute. Und ihr braucht auf jeden Fall einen Gegenstand. Zum Beispiel füllt euch eure Wasserflasche komplett mit Wasser auf. Habt ihr einen Gegenstand? Ja, ich hab. Rocky geht richtig schwer an. Ich habe leider nichts gefunden, aber das geht auch. Das geht auch, das geht auch. Kein Problem, kein Problem. Wir haben ja auch verschiedene Schwierigkeitslevel. So, mit der Erdbewegung starten wir. Und zwar gehen wir in den Sit-Up direkt bis nach oben. Einmal den Gegenstand in die Höhe und wieder zurück. Seid ihr bereit? I'm ready. So, die Uhr startet. Eine Minute. Eine Minute. Das ist doch kein Problem. So, Countdown läuft. Let's go, wir starten. Das ist doch kein Problem. Schön immer ordentlich ausführen. Oben ausatmen. Und hoch. Die letzten 15 Sekunden. Bleibt geschafft. So, Jungs. Zehn runter von 5 und 4, 3, 2 und 1 noch. Sehr gut. Erste Übung geschafft. Wie sieht's aus? Super. Als nächstes haben wir ein Handtuch und wir gehen wieder auf die Bauchmuskeln. Und zwar versucht ihr das Handtuch über eure Füße zu stülpen und dafür müsst ihr auf jeden Fall mit euren Schultern vom Boden hochkommen. Malte, kriegt das Ding? Ja, klar. Sehr gut. Und, let's go. Hinlegen. Und, 5, 6, 7, 1, rüber. Schön hoch, Kinka. Rüber. Sehr gut. Und, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 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 25 Ich bin zurück. Guck wie die letzten 15 Sekunden. Tag, wir schaffen das. Komm, die letzten. 5, 4, 3, 2, 1, go. Das war gar nicht so einfach. So, wir sind jetzt schon sozusagen fast bei der Hälfte. Die nächste Übung ist der Squat. Und zwar nimmt ihr euren Gegenstand in die Hand, den Po wirklich tief zu Boden, da wir gleichzeitig die Arme mit dem Gegenstand nach oben ausstrecken, die Knie so schön zur Seite zeigen lassen und wieder hoch. Seid ihr bereit? Ja, okay, let's go, let's go, let's go. Okay, Squat für die Oberschenkel, let's go. Tief, auf Start, damit wir auch alle wirklich ein- und durchziehen. Ihr habt schon fast, fast 20 Sekunden. Sehr gut. Und schön die Bauchseite einziehen und immer richtig tief in den Boden. Tief. Tief. Sehr gut. Und spürt ihr schon eure Muskeln? Tommy, geht's gut? Okay. Tommy, wie sieht's aus? Super. Ich schau dir mal nicht, was du da hinten machst. So, die nächste Übung ist für die seitlichen Bauchmuskeln. Zwar schön zurücklehnen, gerade rücken und immer den Ellenbogen auf einer Seite runter zum Boden und dabei die Füße ausstrecken. So, seid ihr bereit? Wollen wir das gemeinsam versuchen? Yes. Are you ready? Ja. Let's go. Sehr gut. So, die Minute startet und let's go. Seitlichen Bauchmuskeln, let's go. Und links. Und rechts. Und links. Sehr schön. Meinst du nicht, dass ich jemandem schweren zum Gegenstand gehen? Auf. Normalerweise muss ich das 100 Mal oder 1000 Mal. Dann ist... Natürlich. Verstehe. Spielt hier eure Bauchmuskeln. Schön atmen. So, Rott ist super fit aus von dir. Und wenn ihr das wirklich zwei Wochen jeden Tag gemacht habt, dann könnt ihr das alles mit einer Melone schaffen. So, ist es nicht mehr lange? Wir zählen die letzten fünf Sekunden. Hey, gut. Wie sieht es aus? Aber ich bin super. Die letzten fünf, vier, drei, komm und weg, komm. Zwei. Und einfach. Eingeschafft. Check. So, Jungs, schafft ihr euch die letzte Übung? Let's go. Ihr seid ja fit. Also, bei der letzten Übung, die Liegestütze, machen wir eine kleine Kombination. Zwar mit der Hand über das Tuch zurück, bis ihr das Tuch mit der Nase berührt. Zurück. Einmal mit links. Für die Damen könnt ihr gerne auch den Knien Liegestütze machen. Die Herren natürlich auch normal. Seid ihr bereit? Yes. Für die letzte Übung. So, eine Minute, ab jetzt. Mit rechts rüber, zurück und Liegestütze. Und links. Sehr gut. Schon 15 Sekunden. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist es in 10 Sekunden. Einmal noch. Und geschafft. Sehr gut. Check. Check. Geschafft. So, Leute. Ich bin auf jeden Fall ins Schwitzen gekommen. Ich hoffe, ihr auch. Mir hat es super Spaß gemacht. Danke nochmal, Kim, für diese coolen Tipps. Ich hoffe, wir könnten euch da weiterhelfen und dass ihr zu Hause immer fleißig mitmacht. So, und wir wollen uns nochmal bedanken an die Stadt Hildesheim, an Anja Sensen, Bereich Jugend und an die Sparkasse Hildesheim-Goslav-Heine. Vielen Dank für die coole Zusammenarbeit. Und wenn euch die Tutorials gefallen haben, dann schreibt doch in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht, denn wir würden uns freuen, wenn wir bald wieder für euch da sind mit Dance4Respect-Tutorials, neuen Choreografien, neuen Moves, neuen Ideen, sodass wir euch zu Hause motivieren können. Kommt gut über die Zeit und wir freuen uns, von euch zu hören.